Wie die grüne Illusionen Deutschland negativ verändern wird Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren spannenden Video auf unserem Kanal. Heute geht es um die Grünen und ihre grandiosen Pläne, Deutschland zu verändern. Aber Vorsicht, liebe Zuschauer, denn unsere armen grünen Freunde fühlen sich als Opfer ihrer Gegner. Die Grünen wollen Deutschland retten, während ihre Gegner böse sind und versuchen, sie zu unterdrücken. Das erinnert mich fast an ein Märchen. Aber Moment mal, sind die Grünen nicht Teil der Regierung? Was ist mit all den Entscheidungen, die sie bereits getroffen haben? Zitat von Habeck, noch nie wurde so viel für den Klimaschutz getan wie in den letzten 15 Monaten. Zwei Fellos Die Abschaltung der AKW und Ersatz durch Braunkohlestrom, besser kann man es nicht machen. Ich meine, wer braucht schon eine vernünftige Wirtschaft oder bezahlbare Mieten, wenn wir den Planeten retten können, nicht wahr? Dank Habecks Einsatz ist das Wirtschaftsministerium nun vollständig im Klimaministerium aufgegangen. Wenn wir alle arbeitslos sind, aber die Umwelt gerettet haben, wird das sicherlich ein Trost sein. Habeck sieht es so, wir werden nicht zurückgehen in die Nische, wir werden genau jetzt in die Breite gehen. Das klingt nach einer Drohung gegenüber den steuerzahlenden und mit Öl heizenden Menschen. Es scheint, als ob wir noch mehr Grünen Unsinn und Unlogik ertragen und noch höhere Kosten tragen müssen. Also scheinen sich der Hoton-Plan und der Plan, Deutschland zu einer Agrarnation zu machen, zu überschneiden und von den Grünen umgesetzt zu werden. Sie werden nicht zurückgehen in die Nische, sondern genau jetzt in die Breite gehen. Ich frage mich, ob das auch für Ihre Ideen gilt. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, dass die Mehrheit von 85 Prozent Ihre Vorstellungen nicht teilt? Ach, vergesst es, es geht ja nur darum, eine politische Mehrheit für die nächste Veränderung zu schaffen. Habeck sollte sich bewusst sein, dass die Mehrheit der Bürger die Transformation ablehnt. In diesem Fall ist es Habeck selbst und nicht seine Kritiker, der sich vom Rechtsstaat entfernt und kaum demokratischen Prinzipien folgt. Habeck fuhr fort und sagte, diese Partei wurde gegründet, um das Land zu verändern. Allerdings hat er nicht erwähnt, ob diese Veränderungen zum Besseren für Deutschland oder das deutsche Volk führen würden. Die Grünen regieren jedoch entgegen der Mehrheit der Bevölkerung, die inzwischen ein besseres Verständnis dafür haben, welche Vorstellungen die Grünen für Deutschland haben. Die kulturelle Entfremdung ist ein Teil davon, ebenso wie eine ideologische Heizungsdoktrin, die dazu führt, dass CO2-freie Kernkraftwerke abgeschaltet werden, während die Kohle wieder verstärkt genutzt wird und auch der Verlust deutscher Industrie in Kauf genommen wird. Und jetzt sind sie auch tatsächlich an der Macht und können ihre Träume gegen das Volk in die Realität umsetzen. Die Grünen haben der Gesellschaft wirklich viel Energie und vor allem Geld geraubt. Über 70-jährige Menschen müssen sich nun mit Heizungstisch beschäftigen, anstatt ihren Ruhestand zu genießen. Aber keine Sorge, sie nehmen die Bedenken der Menschen ernst. Deshalb kämpfen sie im Bundestag für soziale Förderung, damit jeder den teuren Umstieg auf klimafreundlichere Alternativen bezahlen kann. Alle Ausgaben werden mit deinen Steuern finanziert, deshalb kannst du es dir nicht leisten, ein Haus zu kaufen. Die Grünen und die SPD nehmen dir dein Geld weg, um es umzuverteilen. So, das war es für heute. Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr von den Grünen und ihren Plänen haltet. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um kein weiteres zynisches Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal!